Träumst du nicht vom großen Treffer? Ein Schiff so voll Gold und Silber, dass du dich zur Ruhe setzen kannst, hm? Wir sind an etwas dran. Ich spüre es. Hebt das Glas auf die Freiheit! Auf alle Herren Glücksritter und alle Damen der Muße! Man erzählt sich, der kubanische Gouverneur wartet einen Riesenhaufen Gold aus seinem Nahen vor. Gouverneur traut das persönlich, hm? Klingt vielversprechend. Bis dahin liegt es da herum und wartet nur auf uns. Dann schleifen wir die Stadt bis auf die Grundmauer und brechen euch eure Hälse. Doch kooperierst du nicht, wird das dein Ende sein. Wir brauchen einen Plan. Wenn wir diesen Schatz finden, haben wir ausgesorgt. Allesamt. Zehnfach sogar. Vorsicht ist nichts ohne Charisma. Denn wenn ein Mann den Narren spielt, wird er nur Narren überzeugen. Aber tritt er auf wie der Teufel, dann würden sich ihm alle beugen. Oh, ein hartes Herz, das weicher sein sollte. Oder der weich, was hart sein sollte. Du wirst es gern mehr. Finde diese Bastarde. Ich bring die Kerle um, die mein Schiff versenken. Brennt ihr Bastarde! Die Lady sagt, wie nett man euch. Anne, wenn sie nüchtern sind, doch niemals Lady. Segel setzen, Männer! Wir segeln nach Jamaika! Alle, die dafür sind, diese Bucht zu stürmen und das Schiff zu kapern, stampft auf und ruft ein! Wer dagegen ist, winselt Ney! Alle Mann auf Station! Untertitelung des ZDF für funk, 2017